Guten Morgen. Ich liege hier seit gestern. Wir machen heute nur Bauch. Warum? Weil das ist das Einzige, was mich weh tut. Ne, das ist noch bei unseren Kümmern, oder? Gelegt euch stabil hin. Hibt bitte ein bisschen den Kopf mit an, dass mir grundsätzlich spannend reinklingt. Er kann auch die Schulter ein bisschen hoch, dann die Beine unten hoch. So, jetzt zieht er quasi ein Bein an, schön langsam gleichmäßig. Und dann noch nicht richtig nachziehen, dass das Becken mit ankippt. Und dann wieder langsam zurück. Und dann anderes Bein wechseln. So hoch und dann einen Schritt weiter, dass man merkt, der Hintern kommt hoch und kippt an. Und schön langsam gleichmäßig. Also nicht schnelles Fahren abfahren, sondern wir gucken wirklich, dass wir den Bewegungsumfang so groß wie möglich machen können. Immer so lange, bis er merkt, es geht nichts mehr. Dann macht er eine Pause, 30 bis 60 Sekunden. Und dann guckt er mal, dass er 10 Durchgänge von der Nummer absolviert, dass wir das hier oben merken. Bis gleich, schlaft schön. So, so fören. So, ich schlaft. Vielen Dank.